Hallo Leute Willkommen zu einer neuen Runde QSG auf dem Web Pixels G. Und so habe ich in dem Video ein paar wichtige Themen anzusprechen. Worauf ich jetzt auch nicht so aufs Gameplay eingehe, also werde ich einfach die Runde nehmen, egal was passiert. So, der greift mich ohne Schwert an natürlich. Worteilhaft. So, und zwar Leute, will ich mir nochmal entschuldigen, dass wir lange keine Videos bekommen. Das werden die nächste Zeit aber wahrscheinlich noch keine Videos können. Mal schauen, worauf ich back habe und was halt so möglich ist von meiner Zeit her. Und den dürften wir noch bekommen. War das nicht so gut? Ist echt nicht gut. Der war echt nicht gut. Der hat ein bisschen hart kassiert. So, die Runde läuft mir schon mal ganz gut. Haben wir auch. Haben wir auch. Nice. Es tut mir leid, wahrscheinlich wird das Video nicht so, also nicht so gut bearbeitet werden. Mal schauen. Ich habe einfach wenig Zeit, aber vielleicht werde ich heute noch streamen oder so an dem Tag. Mal schauen. Der rekt mich gerade ein bisschen. Ich würde gerne einen Kill haben. So, den holen wir aber auch noch. Komm. Noch einen Hit bekommen. So, Leute, wir haben die Runde gewonnen. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und ciao bis zum nächsten Mal. Fällt euch nicht den Like-Button zu spritzen und ciao bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann folgen wir jetzt.